Oh, Moment. Da wären wir doch wieder beim Thema. Genau, es sind ja irgendwie mehr Monster und auch mehr Items hier, ne? Da können wir uns herangeln. So, ich möchte aber erstmal einmal das Scrap Metal hier vorne mitnehmen. Nicht, dass ich es vergesse. So, Essen trinken. Ja, alles ganz schön. Scrap Metal. Einmal das mitnehmen, was wir hier, was wir kriegen können. Und dann würde ich sagen, folgen wir den Fireflies jetzt gleich einmal. Den Fireflies. Klingt ein bisschen wie bei Last of Us. Follow the Fireflies. So, äh, die Musik wird schon wieder so ein bisschen dramatischer, ne? Guck mal, die Kiste ist auch schon fast voll. Leck mich fett. Wir sind richtig gut ausgestattet. Blöd nur, wenn irgendwas kaputt gehen sollte, ne? Alter, das Holz, das nervt mich. Dass das so zugemüllt ist. Und wir kriegen da schon wieder Holz. Alter, das... Oh Gott, wie gruselig. Guck mal, jetzt guck mal seine Augen. Wie gruselig. Im Nebel. The fuck. So, kann ich hier noch was auffüllen? Ja, warte mal. Change. Pack ich hier nochmal Holz rein voll? Hier haben wir's schon voll. Ach, ganz ehrlich, ich lass das Holz jetzt hier. Drop it like a sword, drop it like a sword, drop it like a sword, drop it like a sword. Ganz ehrlich. Sind das Meere oder ist das... Hä, woher die anderen denn jetzt hin? Ist das jetzt ein Stack 5? Ach so, okay. Die liegen... Entschuldigung, die liegen übereinander, deswegen. Gut. Ähm... Ja, dann gucken wir mal, dass wir die Ringe bekommen. Haben wir davon noch welche? Wehe, du hast Holz dabei. Wehe, Friedhelm. Hehehehe. Das gibt's doch nicht. Wir haben, ey... Ich hab am Anfang des Spiels damals gedacht so... Oh ja, Holz. Oh, das wird ne ganz schöne Wuselei da immer irgendwie... Äh, an Holz zu kommen. Und jetzt haben wir Holz in Überschuss. Jetzt wissen wir gar nicht, was wir damit machen sollen. So, ich würde mal gucken, dass wir nochmal ein paar Ringe herstellen. Das war an der Workbench, glaub ich, ne? War das Consumables? Ja. Drei Stück. Dann haben wir ein paar auf Reserve. Und dann gucken wir mal, was uns da hinten erwartet. Ich hoffe, hier greift uns... Ja, guck mal, wo die überall hinfliegen, ne? Hui. Deswegen kriegen wir so viel Ressourcen, weil wir ja diese Dings drin haben. Hier. Stimmt. Wir haben ja hier die Prophezeiungen. Ah, ja. Da war ja was. Mit dem Wahrsagerautomat und so war da ja was gewesen, ne? Genau. Als wär's gestern gewesen. So, warte mal. Pick up. Okay. So, dann wollen wir mal. Äh, machen wir erstmal dahin. So. Dann dahin, würde ich sagen. I follow the fireflies. So. Die Musik ist weg. Oh nein, ich seh diesen blöden Fisch wieder. Oh, warte mal. Oder was auch immer das sein soll. Hab ich genug Munition? Wo ist überhaupt die Waffe hin? Ja. Ist das nicht dieser doofe Fisch da, der explodiert? Ich mein ja. Ich bin mir nicht sicher, aber ich mein, das ist der. Wo wir letztes Mal fast gestorben sind, oder? Ach nee, das ist das Ding, wo wir, wo wir... Ja, so war das. Genau. Wo wir Winde einsetzen können. Stimmt, die Dinger waren das ja. Ui. Ich frage mich, ob wir schon mal an Fireflies vorbeigefahren sind. Ist da irgendwas zum... Da? Aber da will er nicht. Äh, ja, Moment. Ist zu weit weg. Okay, warte. Dann machen wir das noch anders. Warte. Einmal die 2, die hätte ich gerne. Hallo? Hallo, ich würd gern einmal hier rein. Ist da irgendwas drin von Wichtigkeit? Nein, hör auf damit. Du wirst hier die Waffe wieder aus mit der 2. Ich frage mich, ob wir in das Gebäude irgendwie reinkommen können. Hm. Warte mal. Probier mal was. Äh, wo ist das Ding hin? Ja. Ach so, okay. Nein, Moment. Ich probier das mal hier dran. Einfach, weil wir's können. Dann sind wir ja hier. Hallo? Hallo? Huch. Äh, ich hab nen Balken vorm Gesicht. Hier ist aber nichts von Bedeutung, ne? Oder? Nicht, dass ich irgendwas übersehe. Aber viele haben ja auch geschrieben. Na gut, was heißt viele in den Kommentaren? Aber einige haben geschrieben gehabt, äh, dass ich viel übersehen habe. Man kann halt auch viel hier übersehen. Das muss man einfach mal so sagen. Es ist verdammt riesig und verdammt groß. Und ich habe hier echt auch Angst. Einfach was übersehen. Hier können wir... Warte mal, wie schlage ich denn nochmal mit C? Man kann auch irgendwie schlagen, ne? Wie kann man denn nochmal schlagen? Ah, hier haben wir hier ein Unendlimonie. Dann können wir das auch so machen. Ich höre irgendwas. Monstermäßiges. Ja, ich höre irgendwas. Ich höre wieder diesen doofen Fisch- oder Blubberblasen-Heini, keine Ahnung, gedöns da. Der sitzt irgendwo hier. Da. Da ist er. Den würde ich mal gekonnt austricksen. Den würde ich mal gekonnt austricksen. Bisher noch nichts, ne? Ey. Komm mal da dran. War das zu weit weg? Ja, es war zu weit weg, ne? Wo ich mein Glück kenne. Bitte. Bitte. Ja. Es war so klar. Oh Ich hab kein Schutzschild mehr. Mit der Pistole war das so blöd. So, wo kann ich jetzt hier Ring werfen? Da. Gibt es hier nichts zu sagen? Oh, Scrap Metal. Hallo. Wood. Hau ab, Wood. Ich brauche kein Wood. Wood in a foot. So, warte. Okay. Ist aber fies, dass sie genauso aussehen, wie diese Teile, wo man halt seinen Haken reindrücken kann, ne? Klingt auch komisch, wenn ich das so erwähne. Ja, ich drücke mal meinen Haken da richtig rein. So. So, lass mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie noch da hinten hingucken. Ansonsten ist hier, glaube ich, jetzt nichts von Bedeutung. Zumindest kann ich jetzt nichts... Warte mal, war hier noch... War hier eine Kiste jetzt? Das ist, glaube ich, keine, oder? Ne. Die leuchtet auch nicht so komisch. Ja, probieren wir mal. Darüber zu kommen. In der Hoffnung, dass hier kein Fisch irgendwo lang ätzt. Oh, ist das wieder ein... Oh, ist hier wieder ein Rätsel? Ich glaube, das ist wieder eine Rätselinsel. Oh, das wäre ja ein Traum. Dann können wir wieder losrätseln. Das sieht aus wie eine Rätselinsel hier. Oh, ich höre wieder einen Fisch. Wo ist der? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn noch nicht. Da sitzt einer. Da ist aber noch irgendwo einer. Ich glaube, es ist noch einer. Glaube ich zumindest. Ja, ich höre noch einen. Der ist hier irgendwo. Was? Was ist das für ein Geräusch? Vor allem, die schleichen sich ja so an, ne? Ja, der ist da irgendwo. Der ist, glaube ich, hinter dem Haus. Wenn ich es richtig höre. Oh! Was? Wer? Wo? Oh nein! Wer bist du denn? Interact. Ja, machen wir gleich. Vielleicht ist diesen doofen Selbstmörder da irgendwo. Wo ist der? Ich höre ihn. Aber ich sehe ihn nicht. Da! Hab's doch gewusst. Hab ihn doch gehört. Wenigstens, dass der weg ist. So, ich gucke mich einmal eben schnell um. Ist das ein Rätsel? Eis, ja, okay. Ist das ein Rätselraum? Oder ein Rätselbereich? Das sieht total abgefahren aus, ne? So, interaggen wir mal. Was? Was hat er? Was muss ich tun? Hallo? Hab ich dich geweckt? Aber was muss ich, was muss ich machen? Muss ich irgendwas drücken? Drauf schießen vielleicht? Ich probier mal. Warte. Nein, mit der Pistole bitte. Okay. Das scheint richtig zu sein. Ich weiß aber nicht. Aber woher weiß ich, welche Reihenfolge? Warte mal. Tür, Bäume, Stein. Warte mal. Es sind ein, zwei, drei. Wo ist denn der fünfte? Ich sehe vier Schalter. Ich kann aber immer nur zwei aktivieren, wenn ich das richtig sehe, ne? Aber wo ist der fünfte? Oder gibt es keinen fünften? Muss ich dann... Warte. Nein. Außer sie sind aufs Mausrad gekommen. Ja, irgendwie... Hm. Ich bin auch unschlüssig. Also die kann ich tauschen. Klar. Die kann ich an und aus machen. Und kann auch sagen Haus oder... Baum. Oder Tür und Baum. Trotzdem einmal gucken, ob hier irgendwo anders noch ein Schalter ist, der sie irgendwo versteckt. Wahrscheinlich ja. Gehe ich jetzt mal ganz, 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 ganz... Da... Ich sehe doch da was. Da ist doch irgendwas. Ich habe es doch gewusst. Da ist da auch noch was. Aha. Ente, Schlange. Okay. 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 Nein. Ist sonst noch irgendwo ein Schalter? Hier schon mal nicht. Im Haus vielleicht? Hier ist noch was. Ich habe es gewusst. Liebe. Ja, Liebe. Aber... Oh, hier auch noch. Traurig. Aber woher weiß ich... Aber woher weiß ich... Kämpfen? Tot? Vielleicht? Aber woher weiß ich... Was das Richtige ist? Äh... Ich muss irgendwie... Äh... Wo war ich denn vorhin? Da. So, warte mal. Äh... Was macht denn am meisten Sinn? Und was mache ich dann da hinten für einen? Das ist bestimmt nicht richtig. Wenn... So, mein Freund. Wie sieht aus? Ist das richtig? Oh, warte mal. Da kommen Geräusche. Ich habe Klingen gehört und Tod am Ende. Aber was ist der Anfang? Warte. Ich muss genau zuhören. Wald. Ja, der Wald müsse sein. Ja. Ja, Mann. Geil. Hä, wie cool das war. Geil. Uh, Rätsel gelöst. Mega. So. Bevor ich jetzt hier weiter düse, gibt es hier noch ein Rätsel. Weil mir wurde immer gesagt, das sind noch mehr Rätsel bei so Dingern. Deswegen würde ich mich jetzt einmal genau umschauen. Aber... Was soll hier sonst noch sein? Ich glaube, das war es hier, oder? Ich möchte hier ungern was liegen lassen. Aber was soll hier sonst noch sein? Ich glaube, hier ist, glaube ich, auch nichts mehr. Ich glaube, das war das Einzige. So, jetzt müssen wir erstmal zurück zum Zug. Zum Train-Train. Ganz ehrlich, ich wüsste jetzt nicht, wo unser Zug wäre, ne? Wenn ich jetzt diese Ringe nicht hätte. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich wüsste das nicht. Ich glaube, es ist... Ist es die Richtung? Ich hoffe, ich glaube... Oh, da ist noch so ein... Oh nein, da ist noch so ein Fisch, ne? Äh... Hä? Bin ich von hier... Okay, warte. Bin ich von hier gekommen? Ich habe so ein bisschen die Orientierung verloren gerade. Äh... Wo geht es denn... Geht es hier zurück? Ist das hier... Ja, doch. Ich glaube. Tschüss. Ja, doch. Das sieht richtig aus. Da sieht die Fireflies... Weisen uns den Weg. So, wir müssen unbedingt Rüstung auftanken, ne? Das wird sonst nichts. So. Das sieht richtig aus. Oh ja, da hinten ist unser Train. Train-Train. Ich sehe unseren Zug. Juhu. Sehr schön. Train, ich komme. Ticket Train-Train. Da sind wir wieder. Juhu. Geil. Mit einer fetten Kiste im Gepäck. Und ein bisschen Scrap Metal. Und wir haben nur noch drei Ringe. Man mag es gar nicht glauben. Und wir haben wieder eine Kiste Scrap Metal voll. Sehr, sehr geil. So. Ich würde sagen... Acht Scrap Metal. Willst du mich verarschen? Loll. Wir kriegen von denen auch mehr. Holy shit. Holy shit. Wir können uns von Ressourcen ja gar nicht mehr retten jetzt die nächst. Die ist ja auch schon wieder fast voll. Und schon wieder Wut. Nein, bitte nicht. Wieso muss es immer Wut sein? Nein. So, ich würde einmal... Das usen. Genau. Dann haben wir wieder volle Rüstung. Können wir auch mal wieder bauen, ne? Wir haben nicht mehr so viel. Nämlich gar keine. So, weiter geht's im Text. Ich hoffe, es kommt mal bald ein Depot. So. Wir haben aber ganz kurz Heizung angemacht hier. Es ist gerade doch ein bisschen kalt hier drin. Gehen ja schon wieder auf Winter zu. Es ist ja schon wieder bald Weihnachten. Tja. Magst gar nicht glauben, wie schnell das Jahr einfach wieder vergangen ist, ne? Und auch so die Tage fliegen wie im Flug. Ist ja unfassbar. So, kein Scrap Metal. Irgendwo versteckt sich doch Scrap Metal, oder? Ich kann es doch schon riechen. Irgendwo hier. Ist das auch Fireflies? Nein, ne? Nein, sieht nicht so aus. Da ist wieder was auf den Schienen am Stehen. Wir brauchen unbedingt Munition, ne? Ist mir vorhin aufgefallen beim Gewehr. Wir haben nicht mehr so viel. Essen, trinken geht noch. So. Scrap Metal. Ah, ich hab's doch gewusst. So, äh, warte. Nein. Ich hätte gerne bitte einmal die andere. Bisschen höher zielen. Ja. Probe da mal. Hab ich's gerade richtig gehört? Hab ich's gerade richtig gehört? Ist hier irgendwie so ein Vieh? Oder hab ich mich verhört? Ich mein, ich hab irgendwas gehört. Irgend so ein Vieh, was am Stein hängt. So ein Monster. Aber... Ich glaub... Ich glaub, es war unser Fridolin. Gut. Weiter geht's. Komm, wir geben mal ein bisschen Gas. Hm. Und hm. Tschu, tschu. Ich komme. Scrap Metal. Noch mehr Scrap Metal. Geil. Oh, jetzt wird's aber echt schnell, ne? Gerade. Jetzt, wo wir so Gas gegeben haben. Jetzt merkt man das aber, dass der Zug ein bisschen Tempo hat. Wir wollten ja, glaub ich, auch die, ne? Warte mal. Wir wollten ja, glaub ich, auch die, äh... Quietsch! Wir wollten ja eigentlich auch die Stream-Engine bauen, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Irgendwie sowas war da. Aber dazu brauchen wir ja auch so viele Utensilien, ne? Und ich weiß gar nicht, wir müssen das alles abbauen dann, glaub ich.